Wo ist die Pflanze, die Person, der Gegenstand oder die Sache, das Tier, das Haus oder das Gebäude, wo befinden sich die Sachen, die Personen auf dem Bild? Im Hintergrund, im hinteren Teil des Bildes. Vorne Im Vordergrund, im vorderen Teil des Bildes. Links auf der linken Seite des Bildes. Rechts auf der rechten Seite des Bildes. In der Mitte des Bildes. unten im unteren Teil des Bildes. oben im oberen Teil des Bildes. Auf dem Bild sehe ich drei Personen. einen Polizisten, einen Autofahrer und einen Passanten. In der Mitte des Bildes sehe ich ein Auto. Die Person hinter dem Lenkrad telefoniert. Die Person hält ein Handy in der Hand. Sie spricht am Telefon, während sie Auto fährt. Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich ein Passant. Er steht mit erhobenen Armen auf dem Gehweg. Er schaut dem Fahrer hinterher. Die Ampel ist grün, aber nicht für den Autofahrer. Die Fußgänger dürfen die Straße überqueren. Der Fahrer muss vor der Ampel anhalten. Neben der Ampel steht ein Polizist am Straßenrand. Er sieht ziemlich grimmig aus. An der Hauswand hinter dem Auto hängt ein Plakat. Es zeigt ein Schulkind mit einer schweren Schultasche. Auf dem Plakat steht geschrieben Auf dem Bild sehe ich drei Personen. einen Polizisten, einen Autofahrer und einen Passanten. In der Mitte des Bildes sehe ich ein Auto. Die Person hinter dem Lenkrad telefoniert. Die Person hält ein Handy in der Hand. Sie spricht am Telefon, während sie Auto fährt. Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich ein Passant. Er steht mit erhobenen Armen auf dem Gehweg. Er schaut dem Fahrer hinterher. Die Ampel ist grün, aber nicht für den Autofahrer. Die Fußgänger dürfen die Straße überqueren. Der Fahrer muss vor der Ampel anhalten. Der Fahrer muss vor der Ampel anhalten. An der Hauswand hinter dem Auto hängt ein Plakat. An der Hauswand hinter dem Auto hängt ein Plakat. Schulkinder auf Deutschlands Straßen gefährdet. Wo befindet sich der Passant? Wo steht der Polizist? Wo steht der Polizist? Wo hängt das Plakat? Ist die Ampel rot? Was macht der Autofahrer? Wie viele Fenster sehen Sie? Wie viele Fenster sehen Sie? Wer oder was ist auf dem Plakat an der Hauswand zu sehen? Wer oder was ist auf dem Plakat an der Hauswand zu sehen? Ich habe das erste Mal gedacht. Es war, dass der abnuchte ist. Ich muss montagen mit N��. Wir haben es richtig gewusst. Dahergeschichte sind. Ich lass mich auf dem Fahrer. Ich kann mich auf dem Momenten machen. Aber niemals auf dem Fahrer. Ich kann nur zählen, ich kann keine Anastasia haben. Bis zum nächsten Mal.